ja moin leute ich bin gerade unterwegs muss ich ja bewegen und ich wollte euch mal hier den sportplatz zeigen sind jetzt gerade ein paar leute unterwegs offenbar bin ich nicht der einzige die idee hat hier im kalten winter ein bisschen zu trainieren da fährt immer mit fahrrad mit hund vorbei und da hinten ebenfalls zwei und ja ich wollte mein plan war eigentlich jetzt einfach mal hat hier alles zugeschneit noch ein bisschen glatt zwischen kritisch für meine schwachen beine da jetzt runter zu ersten hier geht es jetzt ziemlich aufgetaut hier bin ich runtergekommen aber naja alles hat nachsparen und er zugeschneit wo mein plan ist ich habe das problem wenn ich ein paar minuten gelaufen bin kriege rückenschmerzen wie sau wegen den den nach der muss ja weg und dann wollte ich einfach hierher und dann immer eine runde gehen und dann kann ich mich ja immer so diese kleinen häuschen die da sind oder auf die treppen hier setzen hier hat man mucke mit und alles ne und ich dachte mir nimmst du heute mal die kamera mit und fängst mal den einzigen schnee des jahres ein hier bei uns in der ganz fördernden küste ist die ganze das ganze klima so zermäddelt ja ist nichts mit richtig dick schnee hatten wir gesagt bis februar wird es ja wahrscheinlich noch dauern bis märz vielleicht sogar mitte ende märz weiß man ja nicht vielleicht kommt ja noch was ich würde sagen wir gehen jetzt mal wieder der rücken ist ein bisschen ausgeruht ein bisschen hinsetzen konnte ich jetzt hier nirgends ich muss halt vorsichtig sein moment ich muss mich hier anpacken okay drei noch naja das nur so nebenbei dass ihr meinen plan kennt mit dem platz da das praktische ist halt das zeige ich auch gleich wenn ich oben bin wenn ich fertig bin mit den nerven und körperlich den kann ich da zu dem haus gehen was ihr da hinten seht in einem knick im moment sind wir gleich oben keine kondition mehr muss besser werden general das haus da hinten hinter den ganzen gebäume da da wohnt mein papa da kann ich immerhin nachgucken wir sind die gemütliche mauer dann machen wir uns das auch hier noch mal gemütlich schön beim autolärm kann ich die kamera hier hinstellen auf dieses bäumchen ja wie schön das nur nicht vergessen ich habe mir hier zur belohnung fischermans friend reingesteckt im mund nix mehr los mit dem fett sektor na gut ich habe jetzt auch nichts zu erzählen außerdem muss ich da noch arbeiten ich habe gerade gearbeitet habe gerade radio gemacht und bin jetzt halt noch mal bevor es dunkel wird und ich arbeite gleich weiter der kampf gegen das unrecht muss fortgesetzt werden können eure autos mal ein bisschen leiser machen wo hier ist jetzt der weg geräumt aha den kann ich auch mal zeigen hier bin ich jeden morgen runter jeden scheiß morgen während den ganzen maßnahmen und den beiden abm jahren oder naja ein abm jahr ein euro job ja jeden morgen hier runter und nachmittags oder oder feierabend führte hier drauf da habe ich ja noch da gewohnt was interessiert euch das eigentlich einen scheiß genau das war jetzt mal so ganz kleiner mini vlog ich wollte mal wieder ein outdoor video machen wenn das wetter richtig gut ist mache ich das auch öfter wieder aber nicht fitter bin vor allem und ganz ohne selfie stick der menschliche arm ist der beste selfie stick kindergarten oder hier ein schöner baum bestes stativ der welt natur stativ voll öko der slain heute nein spaß ich kriege wieder quatsch und wir sehen uns im nächsten video wieder auf welchem kanal auch immer ja dann kann ich noch sagen zum ich bin übrigens dran am nächsten feedbacks ich glaube ich muss noch zwei abende filme schauen dann kommt es heute morgen abend wenn das alles klappt zeitlich und von der lust her und sonst gibt es nicht viel neues zu erzählen ja danke fürs zuhauen viel spaß bei was auch in mir als nächstes schaut und farewell